Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Elegant und feminin präsentiert sich Damenmode Frühling-Sommer 96. Beldam Kosmetik nimmt wie immer die Tendenzen auf und offeriert Ihnen auch im Jubiläumsjahr alle Trendprodukte, die es braucht, um sich möglichst natürlich und dezent schminken zu können. Toll, der Glanz. Der Beldam Nagellack schützt Nägel und gibt einen starken und dauerhaften Glanz. Toll, diese Farbe. Der Beldam Lippenstift pflegt Ihre Lippen und schützt sie dank seinem Lichtschutzfilter gegen zu viel Sonne. Die Beldam Wimperdusche trichnet die Wimpern nicht mehr aus. Der Volume Mascara gibt Ihnen mehr Volumen, verlängert und trennt die Wimpern und macht sie geschmeidig. Hm, toll, der Blick. Tch, äh, ja, toll. Beldam Kosmetik, natürlich dezent und vielleicht gerade wegen dem so attraktiv. Schon seit 50 Jahren übrigens wird Beldam Kosmetik hergestellt, von bekannten Marken und exklusiv für GOP. Durch intensive Forschung sind die Produkte ständig verbessert und mit pflegenden Substanzen angereichert worden. Alle Produkte sind dermatologisch und oftalmologisch getestet und das Endprodukt ist garantiert ohne Tierversuche. Eine bekannte Marke sehen wir auch im nächsten Beitrag im Markenfenster. Jetzt gibt es eine völlig neue Margarine von JoFresh. Mh, es riecht frisch. Ja, mit Joghurt zubereitet. JoFresh bringt Sie auf den frischen Geschmack. Ganz eine andere Welt entdecken kann man in der GOP-Tretör-Abteilung. Die von der asiatischen Küche zum Beispiel mit raffinierten Gewürzen und leichten Zutaten. Die Frühlingsrollen mit knusprigen Teigkülle und einer Füllung aus zartem Bouléfleisch oder mit feinem Gemüse sind innerhalb ein paar Minuten im Ofen parat. Besonders gut sind diese Frühlingsrollen mit Sojasauce oder mit süss-saurer Soce oder so, wie sie Ihnen Armin Amrain vorschlägt. Grüezi miteinander. Nicht eine weitere Soße, aber sonst einen Vorschlag, der wunderbar zu diesen Frühlingsrollen passt, habe ich heute mitgebracht. Es ist eine Curry-Creme-Suppe und die geht so. Ein bisschen Anken aufschäumen und Lauch- und Schalottenwürfel drin adünsten. Mit mildem Currypulver bestäuben. Äpfel, Bananen und Mangowürfel und ein Messerspitz pressten Knoblauch dazugeben. Kurz dünsten, dann mit 5 Deziliter Hühnerbuyot auffüllen und 5 Deziliter Rahm beinfügen. Runde eine Viertelstunde köcheln, dann gut durchmixen und mit Salz und Pfeffer abschmücken. Die Frühlingsrollen im Anken goldgelb Brot. Mit einer Rahmrosette und Mangowürfel garnieren und zur frisch aufgemixten Suppe servieren. Auch das Rezept ist sehr leicht zum Nachkochen. Und wer will, kann wie immer auf der Teletextseite 555 oder auf dem Internet schauen schauen. Es gibt Leute, die das Goop-Studio vor allem wegen den Aktionen schauen. Das ist zwar schade, aber begreiflich bei diesen Preisen. Zum Beispiel kostet Galahörnli fein im Viererpack nur 3,90 Euro. Alle Arni-Branchen, auch die neuen mit einer feinen Milchcremefüllung und Honig, sind ebenfalls im Viererpack 2 Franken günstiger. Die Ferien kommen näher. Ein guter Grund, sich mit genügend günstigem Filmmaterial einzudecken. Die Kodak Color Gold 100, 36, 135 Euro, offerieren wir Ihnen im Triopack für nur 16,50 Euro. Und die Goop Color 100, 36, 135 Euro im Duopack für nur 8 Franken. Hier noch der Preisabschlag. Alle Weichessen sind ab sofort günstiger. 150 Gramm Bär, Hohle Gasse zum Beispiel, kostet nur noch 33 Euro. Denken Sie auch daran, dass man im Goop-Restaurant immer noch für weniger als 10 Franken gut essen kann? Diese Woche empfiehlt der Küchenchef eine Gemüse-Lasagne für nur 8 Franken. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. In einer Woche laden wir Sie dann ein, wenn Sie Lust haben, zu einem Ausflug in Bündner Berge. Wir schauen, wo Swiss Alpina, das Mineralwasser von Goop, herkommt. Bis dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen!